Umstrittenes Gesetz. Der polnische Senat hat in der Nacht zum Donnerstag das umstrittene Gesetz zum Umgang mit dem Holocaust verabschiedet. Es sieht Geldbußen oder bis zu dreijährige Haftstrafen vor, wenn die Todeslager der Nazis im besetzten Polen fälschlicherweise als polnische Lager bezeichnet werden. Israel hatte gegen das Gesetz protestiert, das nach ihrer Ansicht zur Verschleierung polnischer Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg beitragen könnte. Bevor die neue Verordnung in Kraft treten kann, muss sie noch von Präsident Duda unterzeichnet werden. Streit um Rohstoff. Die tschechische Regierung will den Abbau des wertvollen Rohstoffes Lithium im Land neu regeln. Nach den Plänen von Premierminister Babiš soll die Förderung des Leichtmetalls von einem Staatsunternehmen durchgeführt werden. Aus diesem Grund erklärte der Premier bereits verhandelte Verträge mit einer ausländischen Holding für ungültig. Zugleich wurde Wirtschaftsminister Hüner mit einer Neuverhandlung des Papiers beauftragt. Im tschechischen Erzgebirge sollen Schätzungen zufolge rund drei Prozent des weltweiten Lithiumvorkommens liegen. Teure Angelegenheit. Wer in tschechischen Skigebieten abseits der Pisten unterwegs ist, den könnte das kurze Abenteuer künftig eine Stange Geld kosten. Denn wen die Frauen und Männer der sogenannten Skipolizei auf Abwegen antreffen, dem drohen Bußgelder von bis zu 5000 Kronen, umgerechnet fast 200 Euro. Mit den drastischen Maßnahmen wollen die Kontrolleure nicht nur für Ordnung auf den Pisten sorgen, sondern auch die Natur schützen.